Hallo Postbootze, hast du einen Brief für mich? Ich gucke einmal nach. Oh, ein Brief für mich, wie schön. Dann werde ich den Brief einmal lesen. Von wem ist er denn? Oh, von Opa. Dann mache ich mich schnell auf die Reise. Übers Meer. Ist das dunkel hier. Hilfe, Hilfe, ich kenne da. Oh, ein Fahrt, er rettet mich. Hallo Opa. Oh, hallo Marie, schön dich zu sehen. Das ist toll. Das geht nicht.